Herzlich Willkommen zum Kochvideo der Arche in Lobberich. Heute machen wir zusammen Jufka si Teigblätter, gefüllt mit Hackfleisch. Sehr lecker! Wenn du etwa 8 Personen bekochen möchtest, verwendest du unser Rezept. Ansonsten nimmst du nur die Hälfte. Du benötigst ein Paket Jufka Teigblätter, 1 kg Hackfleisch, ein Paket passierte Tomaten, eine Zwiebel, eine Knoblauchzehe, etwas Öl, Salz, Pfeffer, Paprika, Pizzagewürz. Wir beginnen damit, die Zwiebel zu schneiden. Dann hacken wir die Knoblauchzehe in ganz kleine Stückchen. Nun geben wir etwas Öl in die Pfanne. Die Herdplatte nun auf höchste Stufe stellen, kurz 30 Sekunden warten. Dann wird das Hackfleisch in die Pfanne gegeben und ein paar Minuten angebraten. Nun würzen wir das Ganze mit jeweils einem Teelöffel Salz, Pfeffer, Paprika, und Pizzagewürz. Zwiebeln und Knoblauch geben wir dann dazu. Die passierten Tomaten geben wir nun in die Pfanne. Dann gut umrühren. Eventuell noch nachwürzen, falls es zu Armin Laschet schmeckt. Dann nimmst du die Pfanne von der Platte und lässt alles ein wenig abkühlen. Du füllst nun etwas Wasser in eine kleine Schüssel. Die Hackfleischmasse wird nun in die Jufka-Teigblätter eingerollt. Nicht zu viel Masse verwenden. Die Kanten mit Wasser bestreichen und andrücken. Dann werden die gefüllten Teigrollen in die Pfanne gegeben und von beiden Seiten goldbraun gebraten. Fertig sind die leckeren Jufka-Hackfleischrollen. Guten Appetit! Fertig sind die leckeren Jufka-Teigblätter. 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 Fertig sind die leckeren Jufka-Teigblätter.